Dir gefallen meine Videos? Dann unterstütze mich doch via Paypal mit einem Euro im Monat über patreon.com slash masterjam. Viel Spaß! Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Igel sind Kakteen, die gehen. Ich kann es kaum glauben, dass meine Arschbacken nach all dem Scheiß noch zusammen sind. Sagt der Bauarbeiter zu seiner Säge, von all meinen Freunden schneidest du am besten ab. Meine Freundin meinte, dass ich nie zuhöre. Ich habe ihr erklärt, dass es nach dem 3785. Wort einfach nicht mehr geht. Nach so einem Tag brauche ich erstmal ein ganzes Weingut. Unsere Dorfffeuerwehr wird neuerdings von der Ballettschule gesponsert. Wir nennen sie seitdem Tü-Tü-Tata. Alarm! Alarm! Die Zahnbürste wurde bestimmt von einem starken Raucher erfunden. Sonst hätte man sie ja Zähnebürste genannt. Mit Brunos Banani wärst du so lange in der Bus, bis Karl vom Lager fällt. Und ihr so? Habt ihr auch eine Mutter, die ihre Turbanose mehr liebt als euch? Dieser Moment, wenn man beim Zahnarzt wartet und von dem Patienten vor sich schon den Winkelschnerfer hört. Landluft ist, wenn ich nach 8 Stunden Arbeit meine Schuhe ausziehe. Wir werden alle nicht jünger, aber geiler. Beziehungen sind ein teurer Weg zu beobachten, wie dich eine Person immer weniger und weniger mag. Es gibt Frauen, die können figurentechnisch alles tragen. Und dann gibt es mich. Ich kann eine Kiste Bier tragen. Endlich Sommer! Bald wieder 99-Cent-Würstchen auf dem 1000-Euro-Grill grillen. Habe heute zum ersten Mal einen Fisch entschuppt. Und was soll ich sagen? Ab heute gibt es nur noch Fisch von Iglo. Habe gerade gemerkt, dass ich Millionär bin. Also, wenn ich meine letzten 20 Euro in iranische Real umtausche... Bis zu meiner ersten Million und fern mir nur noch 1.54.000 Euro. Ist Mark Zuckerbergs Bildspeicher eigentlich voll? Was wollen wir jetzt eigentlich in Deutschland einführen? Maut oder Parkgebühr? Welchen Dücker brauche ich eigentlich, um einen Chicken Nugget einzupflanzen? Lernen am Laptop ist toll. Ich muss nur auch immer mal wieder den Bildschirmschoner entsperren, weil ich so lange am Handy bin. Aufs Handy starren? Während jemand mit dir spricht, ist das neue Halt die Fresse. Wer sagt Alkohol ist keine Lösung, der hat in Chemie einfach nicht gut genug aufgepasst. Du stehst auf Bad Boys? Ich will nicht angeben, aber ich habe bei Mufassas Tod nicht geweint. Komme gerade vom Arzt. Habe einen Sitzsack. Ob arabische Dominas Lederburgers tragen? Like und abonniere, YouTuber! Like und abonniere, YouTuber!